Nein, du siehst aus wie der Spieler mit dem Leberkopf. Was du du auch siehst? Wie eine Mülltonne im Grafen. Jo Leute, tschüss, ja, weg! Einen neuen Video auf diesem Kanal. Gleich mal wieder eine Challenge, Freunde. Eine Fortnite-Challenge, ihr seht, wir sind wieder Fortnite. Die ist das, wo du sagst. Fortnite macht einfach wieder Spaß, keine Ahnung warum. Heute mal wieder eine Arena-Challenge, die viele von euch gewollt haben. Ihr wisst es selber. Arena-Challenge spielen wir euch in jeder Season, wenn Fortnite ist. Und heute spielen wir nicht Arena-Solo, sondern Late-Game. Arena-Solo, das ist was anderes, aber da kann man besser werden. Du hast frei geredet, hast viele Bilder benutzt. Präsentation, Digga, wie redest du? Also Late-Game, gib gerne Kredite auf Team Lorraine im Item-Shop, wenn du uns unterstützen wollt. Schreibt doch gerne unseren Merch ab in der Beschreibung, wo das eine Marke, kein Merch, vergessen, oder? Stabile Klamotten. Und ja, lasst ein Like da und nehmt gerne den Kanal. Der erst befriedigt mich gerade anders, voilà. Nein, bis gleich zur Runde. Ja, das sieht an, weil ich wenig hunkte habe. Ey, komm her, und wir werden nicht so zueinander hin, Digga. Wir werden gegeneinander spielen, das heißt, wenn man Arena-Punkte machen kann. Also, es ist ja ein neuer Arena-Modus. Freunde, ich sag, erster Platz. Was geht nicht so auseinander, Digga? Ja, die Fresse, Digga. Boah, ich hab Spaß direkt. Boah! Nein! Boah, das ist die Dreckste. Ey, wo landest du, wo landest du? Er sagt sie nicht, Mann. Ich muss mehr weg. Ey, chill, geh nicht auf mich, Digga. Aufwann, Späße, mir geh nicht auf mich. Niemals auf Rollstuhl anfangen. Die werden nicht tot spielen. Ah, ich sehe, ich sehe dich. Nein, das schießt auf mich, die kleine Baste. Ich hab ein. Du hast so schlecht, ich hole ihn mir. Ich bin hier echt gut. Hau ab! Ey, das ist einer mit Metall. Ey, 2, 2, 2, 1. Ey, du schießt meinen Gegner in der Luft an. Ja, normal, Digga, denkst du, ich gönne dir, Bruder. Jeder Kill gibt Punkte, alles. Boah, hab ich ihn hochgenommen. Boah, die Arme, Bruder, erquittet, Digga. Ey, die liegt Spaß, die liegt alles. Boah, ich höre ihn, komm. Dreck hier. Oh, renn. Alter. Komm, mir sind 2. Oh, oh mein Gott, ich hab, oh mein Gott. Ah, da bist du schädig. Da bist du. Komm, Herr Digga. Da oben bist du, ich hab das, was du. Ey, ich hab das nicht zu viel. Demo ist, äh, ah ja, viel besser halt. Hey, was macht der? Feakill. Ich hab ein Feakill. Ich hab ein Feakill bekommen. Oh. Ja, du gibst den 160er. Ich kann nicht aufschauen, was ich auch machen will. Hab ihn. Ah, Digga. Hab ist dich, Digga. Ah, der hat nicht schockiert. Ah, hab ist dich. Ey, ein anderer Schied, ich geh lieber weg. Ey, der hat sich ein Skin mit meinem Wester ist. Er hat so gebrannt von mir. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Er war der Beste aus der Lobby. Der war der Beste aus der Lobby. Den Skin kann man sich auch kaufen. Naja, wo, ah, wir haben vor uns. Ah, da ist du. Wir haben vor uns. Halt die Fresse, Digga. Der hat auch richtig viele Gegner. Passt du? Oh, ich weiß, was? Oh, nein. Ich hol die. Die waren nicht mal gut. Der hat 30 Leben, weil ich eingesperrt wurde. Der ist so schlecht, Digga. Ist so, dass so ein Gangbang war da. Was für der ist? Der war absolut schlecht, Manni. Ist so ein Gangbang, ne? Versuch in der Mitte von beiden. Boah, ey, bis jetzt nach erster Runde, oder? Ich füge mit 18 Punkten. Was richtet ihr nur nach Furt? Ich hab nichts gemacht. Digga, so. Was lauerst du? Dieser Aufregungsfurt, weil du gerade kassiert hast. Weil du entklärt wurdest, Digga. Boah, ich hab meinen auseinander genommen. Hab noch einen? Wie, Digga, ist gut. Was? Was? Ey, zwei Gegner. Zwei Leute genug. Ey, meiners gut, ne? Lass diese Scheiß mit Spielern, die mal Lucky insgeben. Ey, der Nose-Kinn ist so ein Fake. Der ist so ein Faker. Der ist so ein Faker. Alter, bin so ein Faker. Boah, ey, Digga, ich hab gar nichts. Ich hab den so aufgestaut. Boah, hab ich den aufgestaut, das ist Spaß. Ey, die haben ja nichts. Ab rein. Boah, wie schlecht sind deine Gegner? Boah, wie mein A1 hat ja null gesessen. Du hast acht Gäben gehabt. Boah, da mein A1 hat ja null gesessen. Das weiß grad, dass wir den zu vorschneiden. Der ist ja niemals eingeschritten. Hehehe. Du bist nicht auf. Boah, ich hab den Schüchelzack. Deine Gegner sind natürlich auch so, dass du kein Late-Game-Arena zockst, sondern normal so ist. Boah, ich hab den so gekriegt. Ey, ich bin mal die Gegner so wehrlich als ein Finder. Die sind genauso, man. Du hast schlecht mitzahlt. Digga, was? Das hab ich gar nicht gecheckt. Was hat der gemacht? Er hat mein Skin an. Nein. Er hat die so aufgestaut. Ich sperr den aus. Er schu... Ja, du... Nee, ich sag dich, Digga. Er klaut meinen Kill, Digga. Er war so one of me. Komm, rauf. Kleiner Hund. Wer klaut? Wer klaut meinen Kill, Bruder? Das gibt's nicht. Er ist slow, er ist slow. Nein. Was haut der die da ab, Mann? Der war so gut. Was? Was? Felix, du bist so schlecht. Digga, die Gegner geben mir die Besten hin. Die sind so schlecht, aber geben die Besten hin. Ja. Der hatte ja gar keinen Ufer. Oh mein Gott. Nein, sag's nicht. Er hat 11 Leben. Alter, der BAS. Was jetzt geben die mir? Oh, oh, oh. So, hier geht der noch. Oh, die sind alle unter mir. Aber eins. Keine Metsche, ich habe keine Metsche. Er hat mich gef... War das kleine Metsche? Ich dachte... Das ist ganz voll kacke. Scheiße, ich habe das Gas behindert schlecht, Digga. Auf, äh, Weitschoß. Ja, der riecht nach Kacke, Digga. Der Typ hat sich eingekackt. Dann wäre der Witz, Digga. Nein! Nein! Du, Papi, mein niener? Oh, siehst du nicht. Nein! 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 Oh, es geht gut. Danke. 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 Leben oder so. Leben oder so, Junge. Oh mein Gott. Direkt verpiss dich, Digga. Ich bin damit, Chef. Ich würde uns nicht die Feeds machen, wie das denn? Oh, Baby! Hey, das war hart, Digga. Ich stehe erst mal in den nächsten paar Jahren nicht mehr auf. David Fortnit nicht mehr anmachen. Ich will die noch mal. Das war der Entwreck, Digga, der Entwreck. Da ging die Reals hinter dir. Und das war er. So, wie der? Oh, der legt sich nicht an. Dieser Stein, hier, Stein. Was? Der wohnt. Uäh, bitte! Uäh! Wotchan, schau. Wotchan, wotchan, wotchan. Wotchan! Ey, zwei, die gehen auf mich. Ja, ich konnte nicht, mein Name. Kommst du nicht. Weißt du, dass ihr keine anderen Kinder waren? Ja, du, mein Kinder. Du, mein Kinder. Digga, wir haben schon... Wir haben gerade in einer Runde... ... fünf, sechs Leute. Komm, meine Leute. Niemand kommt mit Kids, man. Ja, der Aufstieg, der Kleiner war nicht klar. Was? Wie viele sind denn bei mir? Wie lange sind es vier? Du brauchst bestimmt mehr Punkte, die ich schon jüngere. Không. Ich glaub, lassis es größer勝ut. Nein, hm. Oh, shoey. Wie würde ich tiefer nachmachen Chickenrenken? Ah, sag ich, so... Ich dachte, was geht hier. ниц írd gar nicht gli exk «醒renchedmal». Okay, er wusste es nicht. Er wusste es nicht. Er wusste es nicht. Er wusste es nicht. Ey, er wusste es nicht. Verlangen es ihm sanitrado, wo er in der Ecke ges Exactly ist. Man,天 hast.. Du sagst mir, dass er nachts angeht? es ist die vor ortiger der arme hohe egal was du den gerät gerade vor den anfangen zu lernen mann ja ja dieser modus er ist perfekt um zu üben sag ich euch ehrlich dieser modus ist gut hier was das für eine putter ja mann deine gegnerin richtig übt diesen modus ehrlich wenn ihr gut sein wollte im game games besser abschneiden verbessert euch so schnell noch 20 minuten zeit jetzt 20 minuten und ich führe mit oder schon mit zehn punkten oder so 13 punkten die nicken dass ein paar kels keiner kommt bei mir rein da wird sich auch niemals aus ändern dieser mentalität was macht der bruder es kommt keiner rein nein so viele was hat er gemacht oder keine hunde kommen ja Nein. Ah! Oh! Ich hab ihn hochgenommen. Ich hab ihn hochgenommen. Ich hab ihn hochgenommen. Weck, 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 weck. Hat er so gelasert, Bruder. Ja, aber was macht der? Der steht einfach um. Boah, was ist mit meinem Aim los? Ey, bitte lass dich gehen! Nein, Mann. Der ist so süß, der. Boah! Was ist immer noch der? Oh, ne! Er ist runtergefallen. Ich hab den Skid, ich hab den Skid bekommen. Boah, ist dein Aim, Bruder. Die Arme, der Arme. Nein! Das war aber ekelhaft, der Geil. Das hat einer bei mir gemacht, Bruder. Ich weiß gar nicht. Wir wohnen jetzt so oft, schon kriegt er zu. Schlecht, Bruder. Boah, stark, stark. Wie? 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 Oh, Adiga. Verpiss dich. Der Kassier. Der Kassier. Der Kassier? Der Kassier. Boah, der Kassier. Der Kassier. Der Kassier. Mach nicht mit mir so, Bruder. Mach nicht mit mir so, Bruder. Was ist denn los? Nein! Boah, der arme, Digga! Ja! Hab auch einen Win! Nein, das ist ein einziges Geld. Was hängst du weg, Bruder? Wenn du wißtest, wie meine spielen. Bruder, meine sind auch voll cool. Das macht keinen Angst, Mann. Ich hab nur Angst vor Gott. Zweiter Sieg, Mann. Zweiter Sieg. Staril. Noch ein Spiel bekommen. Ja, ich gönne es dir nicht, Bruder. Du bist wie so ein Pro, chill. Ja, du geh rein, geh in den Raum einfach. Zweiter Win, Digga. Zweiter Win, Digga. Der war stark, Bruder, der war stark. Bruder, ich weiß, ich hab eine Skaterbahn um meinen Haaren, Bruder. Tschüss. Genau 13 Punkte haben dir grad gefehlt zu mir. Spielen. Danke für den Freaker, Bruder. Ah, dein Freund warst du schon gleich drin. Bruder, du hast den Freak, oder? Oh Gott, was drückt der mir, Digga? Ja. Er brot sich mit Holz ein. Ja, der eine, der will meinen Arsch. Jetzt geht das. Was machst du denn da? Was drückt der mir Arme? Wen schießt der, Digga? Auf ihn? Ah, dein Freund warst du schon. Oh Gott, das bleibt drin. Boah, er hat damit nicht gerettet. Boah, das ist wirklich. Oh Gott, das war allein. Dein bester könnte sich auch. Ja, und der war ich gerade. Der will nur meinen Arsch, Digga. Ich hab meinen Freund getötet. Deswegen will er meinen Arsch. Ja, du kleiner W****, Digga. Ja, Mann. Will 200 Q. Wir sind doch nicht in der gleichen Runde, oder? Nein, bei mir liegen viele Leute. Bei dir wie viele? Äh, bei mir liegen drei. Ah, ne, du eins. Oh! Ja! Der Typ, den seinen Freund getötet hat. Ja! Nein! Am besten ist der Typ, der seinen Freund getötet hat. Bruder. Tag, Digga. Guck, der wollte meinen Arsch, Digga. Er wollte meinen Arsch. Das ist doch dein Freund. Genau im gleichen Skin. Direkt als erstes getötet. Den als letztes, Bruder. Er hat die meisten Skills. Nein. Wie lange haben wir noch, wie lange haben wir noch? Nein. Sieben Minuten haben wir noch. Niki, der letzter. Nein. Er hat die meisten Skills, ne? Das ist der Skills? Direkter Sieg? Nein. Ich meine auch dritter Sieg. Ich habe drei Kills. Ich habe drei Punkte. Ich habe drei Punkte. Ich habe drei Punkte. Nein. Los! Ich habe drei Punkte. Ich habe drei Punkte. Jetzt gebe ich den... Wasser jetzt, ich dachte schon stehen würde! Oh mein Gott, was habe ich mit ihm gemacht? Nein! Boah, was? Er hat zehn Kills, er hat elf Kills. Das heißt, letzte Runde für beide, ehrlich. Jetzt, wer Kills macht, gewinnt diese Runde. Das ist doch noch nie so spannend, gewinnt diese Challenge. Digga, wer kommt nicht in den Kurschen? Ja, ich hab ihn! Vorbein. Vorbein. Digga, wer kommt nicht in den Kurschen? Ja, ich hab ihn! Vorbein. Ja, Mann, ich hab zwei Kills. Grad führe ich, grad führe ich. Nein, nein, ich hab auch zwei Kills. Oh, nein. Die Kills wieder mit vier Punkten. Scheiße, Digga. Nein, nein, da kommt nicht in den Kurschen. Da kommt nicht in den Kurschen. Oh mein Gott! Das war so knapp, ich hab drei Kills. Tolle Konzentration. Halt die Fresse, Digga. Hast du nicht ohne Konzentration, Digga. Ich will nicht die Challenge verlieren. Aber du hast doch mit 20 Punkten oder so mehr gefasst. Digga, dein Gegner. Wie kacke der ist. Was für kacke? Was? Ich bin schon an deiner Pickaxe. Boah. Guck wie kacke der war, Digga. Drei, drei, drei Punkte, drei Punkte, drei Kills. Ich fühl wieder. Bruder, ich fühl wieder! Nein, ich hab' zu gelandert. Was? Mann! Hatte Spaß. Digga, wo ist das andere? Wo ist das andere? Ab, noch einen. Was? Nein! Ich hatte fünf Kills, oder? Du musst sechs Kills haben. Du musst noch drei Kills machen, sonst hast du verloren. Boah, ich hab' guter Laufschuld. Guck ihn dir an, Bruder! Ich hab' 669 Punkte gemacht. Eine Stunde. Oh, du hast Angst, Mann. Ich werd' das, Digga. Ich werd' das raten. Nein! Digga! Ja, Freunde, sagt ehrlich, auf wen habt ihr getippt? Schreibt's jetzt ganz schön rein in die Kommentare. Nicht gucken weiter. Wen tippt ihr, mit Niki, das oder ich? Hä? Nein, nein, nein. Nein! Du hast gewonnen. Ja! Da brauchst du einen Haufen, doch. Ja, was dich erinnern, guys. Ja, wer? Hä? Ja, du hast safe gewonnen. Safe! Die sind alle in Saison bestorben. Safe! Safe! Hast du gewonnen. Ja, die Film, warte, warte kurz. Ja, das ist die einzige Folge. Nein, 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 nein. Zwei, drei Punkte. Okay, Freunde, lasst gerne einen Like. Für solche Videos. Mehr solche Arena-Challenges. Mehr solche... Ich muss mir gleich meine geilen Clips an. Abonniert auch gerne den Kanal. Wenn ihr mehr Fortnite-Videos sehen wollt. Und wir werden jetzt mehr die Schatten-Springen aus. Nächstes Mal kommt ein 1Kill gleich eine Marke. Dies habt ihr echt vermisst. Das wird kommen als nächstes Video. Und noch so ganze Cup-Videos um die Stars-Videos. Weil 2022 im Fortnite-Jahr echt krank werden. So, auch für die schlechten Spieler sollen zu Nieren kommen. Und dies ist das Kapps-Videos. Gern den Like da für die Zukunft geht. Echt Hype, Digga. Ich bin Hype da drauf. Ihr müsst mir einfach sagen. Als Gewinner der Challenge ist das Glück. Junge, er hat mit 20 Punkten mehr gestartet. Ach komm, jetzt. Oh, Digga. Oh, Digga. Wieso ist das Spiel? Ja.